Hey Leute, das ist die Karaoke Challenge von Lenny Chan. Wir haben es kurz vor 3 in der Nacht. Ja, meine Eltern schlafen bereits, deswegen kann ich das jetzt auch nicht so laut machen. Ich hab vergessen, dass der 15. Mittwoch ist. Ich dachte, das war ein Donnerstag. Hm, naja, ist gut. Ich fang mal an. Oh, das kenn ich, das schön. Aber jetzt kann ich Glück nie dazu. Lalalalalalala, lalalalalalalalala, lalalalalalala. Lalalalalalala. Ich hause ja, der Akeksfolge nicht ein. Elfenlieb, das Elfenlieb. Okay, ich kann das hier auch kommen, eben. Das hat immerhin auch so ein Zerplass aufgespielt, deswegen wirst du das unten. Das ist ein Lied, das weiß ich, auch wenn ich ihn texten kann. Das ist ein Lied, das ist ein Lied. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja. Das kenne ich auch. Das habe ich auch schon gehört. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an C4. An die O5 irgendwie. Okay, ich meine, hier dort gerade... Okay, sieht das nicht mehr, da habe ich nicht mehr. Die wir spielen, aber... Aber die Melodie war doch auch... Weil in irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe gerade so kein Text dazu. Das kenne ich, aber ich weiß nicht, weil ich das zuordnen soll. Ja, was ist denn das so ein? Gehört eigentlich schon, aber ich hoffe, ich... Woher das noch? Ja, ich bin ja auch klar, dass es kurz vor 3 die Nacht sind. Ja. Jetzt hast du schon mal gesagt, aber sagt mir noch wenig hell. Zum zum zum. Okay, ich glaube, ich hätte die Hofspand nie mehr weglassen sollen. Super Melodien hat man alle schon gehört, aber das kennt man irgendwie nie dazu. Okay, hier sind doch gerade mal drei Personen an. Was soll denn bitte da sein? Ich bin hier in der Musikkarte oder ist das wirklich sowas? Ja, du bist sowas. Hm? Hm? Ja, ich bin hier mal, dass ihr ungefähr könntet ihr es nicht sein. Oder? Oh Mann, Scheiße, was war'n das? Ach Mann, mir fällt kein Text ein. Scheiße. Scheiße, was war'n das? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann! 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 In die Sache krieg ich doch klar ein. Katastrophe, ich kenne keinen im einzigen Text. Ist immer irgendwie lustig. Hey. Ah, das kenne ich. Das war die Mutter. Oh, mein Schatz, ich habe nicht mehr so viel zu da. Ich kenne die Mutter. Wo hast du denn zu kommen? Ich kenn' das auch verheiratet, ich werd' das mal als... ...die fürs Opening von... ...einer Textreiferin damals. Ich hab' sich mal einer angefangen verdaucht... ...aber... ...ich kann dir hoffen, dass du das hier kommst. Beziehungsweise wär's los, beziehungsweise wie der Text geht. Ich hab' das Gefühl, dass du jetzt irgendwie im Moment zu tun hast. ...und du kannst dich versuchen. ...und du bist nicht so, dass du es hier kommst, du hast ja noch einen Moment. ...und du hast mich zu verändern, du kannst mir die Zeit wieder rein. ...und du kannst dich mal aufnehmen. ...und du kannst mich nicht mehr so. ...und du kannst du... ...und du kannst dich nicht mehr aufnehmen... ...und du kannst dich nicht mehr aufnehmen... Das war doch nicht so, dass wir die Knieflossen... Ne, ich wollte doch nicht weg jetzt mal zurück. Ja, das war jetzt so, ich gucke.